Hallo zusammen, ich bin Timi. Ich schaue für die Nachhaltigkeitsabteilung der Post und mache euch heute mit. So, das wäre mein Arbeitsplatz. Wir arbeiten hier alle im Open Space Büro, im siebten Stock. Das Gute ist, dass man die Möglichkeit hat, jeden Morgen einen neuen Arbeitsplatz zu suchen. Das bietet die Möglichkeit, agil zu arbeiten und neue Leute kennenzulernen. Ich arbeite als Trainee im Corporate Social Responsibility Team. Meine Aufgaben enthalten das zweite Leben Postleider und das Upcycling. Beim Upcycling geht es darum, alte Postkleider zu neuen Produkten weiterzuverarbeiten. Im Trainee-Programm habe ich die Möglichkeit, mich persönlich weiterzuentwickeln, indem ich zwei Bereiche sehen kann. Das ermöglicht mir, zwei unterschiedliche Bereiche in der Postwelt kennenzulernen und so einen Tiefgang zu bekommen. Jetzt gehen wir an ein Food-Event. Das wäre eine Massnahme des Nachhaltigkeitsteams. Dort werden wir ein Bujo machen aus unverkäuflichem Gemüse. Let's go! In der Schweiz gibt es jedes Jahr 2,6 Millionen Tonnen Food Waste. Das ist mega viel. Und ich finde es schade, dass das Essen eigentlich vorgeschossen wird. Genau aus diesem Grund bin ich heute hier und versuche dagegen etwas zu unternehmen. So, das war Mittag. Ich hoffe, ihr habt es geniessen können. Dementsprechend wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschau zusammen!